Da ist alles falsch dran. Auch ein bisschen so die Farben und das ist ein bisschen matt, oder? Da ist alles falsch dran. Fuck yeah. Chat, das ist es. Gach. Gach. Lieber, es geht. Sag mal irgendwas ins Mic. Grüße. Ihr Moin. Ach, da gab's Pokémon-Karten, oder das? Das hab ich ja gar nicht gesehen. Einfach gefälschte Pokémon-Karten. Boah. Karte, Trikots. Aber kann man prüfen, ob die gefälscht sind, oder nicht? Aber du sagst schon, dass die... Die siehst du hier überhaupt... Äh, gar nicht. Weil's uns mein Handy überhitzt. Ähm... Ich hab hier alles nur so richtig gut funktioniert, so diese Ausprobierdinger. 30 Euro für eine 3-Euro-Kamera. Ach so. Guck mal, hier kann man auch direkt so fertige Pokémon-Karten kaufen, oder was? Ähm... Robin... Guck mal. Okay, die sind Hardcore-Fake, oder? Ja. Sind die Fake? Ja. Ja. Aber guck dir das hier mal an. Das ist actually ziemlich gut gefaked. Ja. Sag mal. Aber jetzt 1000% fake. Oh mein Gott. Sorry. So. Ich hab mir auch von hinten herangepischt wie so ein komischer Mensch. Boah. Übrigens haben die da hinten so ein großes Pack auch Pokémon-Karten. Mhm. Und dann steht da drauf, dass sie von Nintendo sind. Aber... Also siehst du den Fake am Glitzer, oder? Das ist alles falsch dran. Auch die... Auch ein bisschen so die Farben, oder? Das ist ein bisschen matt, oder? Das ist alles falsch dran. Ah, ich find die Brillen aber echt cool. Also teilweise haben wir schon echt lustige Designs auf jeden Fall. Und ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was habt ihr mit dem Pikachu gemacht? Oh mein Gott. Robin Statements zum Pikachu. Ich glaub, der hat ein bisschen Traumata erlebt. Hä? Ich glaub, der Pikachu hat ein bisschen was erlebt in seiner Kindheit. Ich glaub, der hat irgendwas Ungutes gegessen, ja. Der ist sehr krank, ey. Das ist Bowser auf Fentanyl. Scheiße. Also mit... Oh, ich stand am Preis. Ja, das hat er auch gar nicht. Äh... Der Fenta Bowser. Der Browser. Das ist... 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 Also... Alter. Also ich weiß das ja nicht. Ich weiß nicht. Kaufen bei Ebay für 1000 Euro reinstellen. Hm. Äh... Unikat. Pokémon in die Cut einmal gedruckt. Ja. Aber es ist doch original verschweißt. Das muss doch echt. Ja klar. Ja klar. Sowas würde ja niemand mehr machen. Gar nicht, dass die Lust haben, das Ziel zu kopieren. Faken. Das ist quasi... Wie mit jeder Lad abdeckt. Ja. Ja. Immer dabei. Aber voll oft auch erlebt sowas wie... Ich hab ähm... Letztes Mal, als im Kratzen war, hab ich YouTuber-Merch gesehen. Gefaken-YouTuber-Merch. Da war so... Für deutsche YouTuber oder für... International. Da war so... So halt... Dream war da. Oder Techno-Blade-Merch. Einfach halt so... Wirklich wie hier. Also läuft halt so durch. Das war so Techno-Blade. Oder so Dream einfach. Also... Ja, ja. Das ist... Das hat ein bisschen was hier von so Teddy, oder? Ja, aber bei Teddy weiß man noch wenigstens... Das ist so... Das weiß ich nicht. Was ist das? Ey, Pikachu, kleine Frage. Wie... Wie ist dein Leben so mit... Mit... Täglich Fentanyl? Ich glaube, das ist ein bisschen traumatisierter Mann. Wie bei Roger bei American Dad, so dass er so einen Auswuchs hatte und das ist jetzt so zu seinem eigenen Mensch geworden. Ach du Scheiße. Den klingt er so mit sich rum. Das ist Pikachu, der sagt Zigaretten, Zigaretten, wo sind Zigaretten? Oh mein Gott, Mickey Mouse hat's auch nicht besser erlebt. Oh mein Gott, der hat Nadeln im Kopf. Mickey Mouse, mein Name, aber was hast du erlebt? Uh, der geht die Fabia halb ab. Supreme, Supreme. Ach ja, Supreme und Louis Vuitton, oder was ist das? Gleb, kennst du dich mit Marken aus? Das ist doch kein Supreme, ne? Das ist doch hier Louis Vuitton, oder? Das ist Louis Vuitton, oder? Und auch hier die Farbe gehört zum Stil, ne? Dass die Farbe so abläuft. Nö. Das gehört zum Stil, natürlich. Safety. Aber scheiß drauf. Hauptsache, wir haben Guzzi. Guzzi und Polo. Bravo. Jetzt hatte ich hier, äh, Montclair. Das sieht richtig gut aus aus. Actually, ja. Ich glaub, nach einmal waschen geht das kaputt. Kann man die Spinne hier oben auch kaufen? Was? Die Spinne da oben? Oh mein Gott, was? Die haben sich flüssig drin. Was? Ja. Elina? Ja. Oh, die Bringen sind voll cool, ne? Guck mal, hier. Das ist da. So ein Nike-Logo. Das sieht richtig drin. Kannst du kurz mal halten? Ja. Kannst du kurz mal gucken? Ja. Kannst du kurz mal gucken? Einfach so just for fun. Oh, ist die billig. Swag, Swag. Scheiße, Alter. Was ist denn das? Also, es gibt ja wirklich alles möglich hier in Brillen. Es gibt... Alter, was ist so die dümmste, die ich hier finde? Oh, die pinke Nike-Brille? Ja. Ich finde hier dabei legit Steel. Die hat Steel. Doch, doch, doch. Hat die auch Funktion? Junge, was sagst du denn? Aha. Ich glaube, diese Brille müsste, glaube ich, eher... Richtig fix unterwegs. Nee, scheiße. Boah. Das ist ein Grinder, oder? Ja. Das ist ein Grinder? Hey, das ist geil. Ja, will ich auch. Ich glaube, gerade kann man was drauf spielen. Was gibt's denn noch cooles? Boah, warte mal. Irgend so eine Raver-Brille hier, Alter. Ich glaube, die da. Die ist es. Ah, nee, die ist dieses Dings. Ich will ja eine Schwarz haben. Scheiße. Ich bin ein richtiger Deutscher Touri, Alter. Ey, die sieht echt nicht schlecht aus, ne? Boah, Alter. Geil. Warte mal, ich tue mich hier mal zurück. Ich frage mich echt, also, was ist hier das Klientel, was hier wirklich aktiv Sachen kauft? Ich glaube, so Ommis, die so... Du definierst für ihre Enkel holen bei euch, und nicht wissen, dass das fake ist und dann einfach so Sachen kauft. Boah. Ich glaube so ein bisschen, das könnte so ein bisschen so... ...deutsche Touristen, was ich denke. Aber wird schon passen. Oder? Sieht cool aus, bisschen schnappbar, hol ich mir. Aber Mama ist echt cool und Shit dabei. Welche Tasse meinst du war cool? Die geht hart. Die geht hart. Das geht wirklich hart. Doch, doch, doch. Wollen wir gucken, was es hier noch so cooles gibt. Boah, Trade ist doch was für dich, oder? Ja. Mit dem Hawaii-Dings? Das würde auch was für dich, oder? Das frage ich heute Abend. Auf der Party. Zur Party, zur Party. Oh mein Gott. Party, zur Party. Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck yeah. Chat, das ist es. Das ist es. Warum brauchst du so? Tony, Statement? Ich will zwei nehmen. Geht hart. Geht hart. Wenn du die Mütze umdrehst, dann auch. Ja guck mal das. Ne, ist schwarz. Aber das ist fast ähnlich. Bober. 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 Nichts kontrolliert. Alter. Bober. Ja wir Мы nie kontrollieren. Hadith an. Hadith an, Leute. Gach. Gach. Was die Scheiße. Ich glaube der drei roam mehr als der. Oh ja! Absolut! Oh mein Gott, das ist von Minecraft? Oh Gott! Hör ich auch so ein Messer haben oder? Achso, ja, ja. Ey, schon fancy. Das ist eine Playstation 5, Alter. Die Frage ist, ist das ein Verkauf oder gehört die Däne? Und man kann sagen, bei Erfolg, wenn es die Funktionskarte nicht hat, gibt es nur einmal alle.